Triumph Dantona 675 Motorrad Test Autor de Selçamkenzi Der Hersteller hat dem Autor Mr. Selçamkenzi das neue Motorrad Triumph Dantona 675 zur Verfügung gestellt und hier seine Eindrücke. Es ist eine jährlich wiederkehrende Tradition, dass Supersportler überarbeitet und mit irgendeinem Superlativ versehen an den Start gehen. Zwar wird's kaum einer der Fahrer bemerken, ob sein Gefährt ein paar Gramm leichter wurde oder eine Pferdestärke mehr leistet aber gut für die Diskussion am Stammtisch ist das. Es ist eine jährlich wiederkehrende Tradition, dass Supersportler überarbeitet und mit irgendeinem Superlativ versehen an den Start gehen. Zwar wird's kaum einer der Fahrer bemerken, ob sein Gefährt ein paar Gramm leichter wurde oder eine Pferdestärke mehr leistet aber gut für die Diskussion am Stammtisch ist das. Das Bike und der Motor mit 675 Kubikzentimetern Hubraum wurden nun so überarbeitet, dass die aktuelle Daytona mit einer Leistung von 126 PS, 93 Kilowatt, aufwarten kann und mit, vollgetankt, 190 nun 3 Kilogramm weniger als die Vorgängerin wiegt. Vor allem das neue Auspuffsystem spart. Reicht weit, denn bei 11.000 Umdrehungen pro Minute leuchtet erstmals der Schaltblitz. Der rote Bereich beginnt bei 14.000 Umdrehungen pro Minute. In diesem 5-stelligen Bereich sollte man die Daytona auch bewegen, will man ihrem eigentlichen Sinn gerecht werden. Die Tube-Leistung wird bei 12.600 Umdrehungen pro Minute erreicht, das. Und dessen sollte man sickl. Auch bewusst sein, wenn Mai. Mit diesem Modell lieberugelt. Die Fahrleistungen SIN über jeden Zweifel erhabet das Können der Daytona 67 dürfte fast immer über dem DL-Piloten liegen, und wer sick nicht beherrschen kann, gehört bald zu den Fußgänger. Allemal. Diesem Spielchen kann sich auch Triumph nicht entziehen und hat für 2009 die Daytona 675 überarbeitet. Auf Superlative können die Engländer getrost verzichten, schließlich haben sie als einzige der Mitbewerber einen Drehzylinder als Kraftquelle. Gewicht, am Sound, der unterm Heckbürtel ins Freie entweicht, geizt die Engländerin zum Glück nicht, da ist das volle Orchester im Einsatz, wenn man den Motor das zur Verfügung stehende Drehzahlband drauf jubelt. Und das. Maximale Drehmoment von 72 Newtonmetern steht bei 11.750 U pro Minute zur Verfügung. Und damit wird gleich klar, wo diese Triumph eigentlich hingehört, auf die Rennstrecke. Das macht sie einem im Normalbetrieb schnell klar. Die Renngene sind auch verantwortlich dafür, dass sich ein größerer Fahrer, also über 180 cm lang wegen der gekrümmten Seed-Zweigposition nicht allzu lang im Sattel wohl fühlt und der Druck auf die Handgelenk unangenehm wird. Spiegelnde Instrumente, extrem kleine Rückstellknöpfe für die netten Spielereien im Cockpit, unter anderem Laptimer, und minimales Gesichtsfelds im Rückspiegel reduzieren die Alltagstauglichkeit obendrein. Der von uns ermittelte Verbrauch von 6,2 Liter lässt zwar. Dank 17 Liter Tank theoretisch Etappen von rund 275 Kilometern zu weh aber so lange im Sattel bleibt, muss ein ganz spezielles Sitzfleisch haben. 14.990 Euro bietet Triumph mit der Daytona 675 ein kleines, flottes Renale, das aber seine echten Talente nur auf einer abgesperrten Strecke ausspielen kann und leider im Alltagsbetrieb sein Licht oft unter den Scheffel stellen muss.